Musik Ohne es los zu schicken Reicht ein Informationspartikel durch die Galaxie vorbei Am Mond in Richtung Erde als Opfer Viel Zerzin und es trifft auf meins Tisch Aber heute nicht spüren, dein Kopf ein Kribbeln Ohne es los zu schicken Reicht ein Inspirationspartikel durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Also Opfer fehlt sein Ziel und es trifft auf meins Tisch Aber heute nicht spüren, dein Kopf ein Kribbeln Geht klar wie damals, als wir den Tag reingelebt haben Ich tröste mich, denn heute bin ich schlauer als vor 10 Jahren Was ich gestern auch behauptet, hab bis heute in die Praxis eingegangen Was mir Ausstrahlung bedeutet, gute Freunde Anerkennung stieh zu dich, sie fliegt zu mir, sei lieb zu dir Schauspielkunst ist nie das Ziel, keep it real Das Leben ist konfliktgetränkt und Aufgaben zu lösen Gib dir Energie, Tromanstra hier von Hautfarbe und Herkunft Konzentrier dich auf die Atmung und Oberarme, was dich angestrengt Und bring Ordnung in anarchische Gedanken Wer erkenne den Zusammenhang bei Hungertoten, Vorbisslisten Bereite dich vor, aus unserem Untergrund hervorzubrechen Hier wird überwunden, wenn der Mensch wahrlich erwachsen wird Mit Abrissen wir uns fashion, wie ins Kacksystem Das ist Rap, so viel zu mir Ich komm rüber, will dich kennenlernen und lasse mich von dir inspirieren Ohne es loszuschicken Reißt ein Inspirationspartikel durch die Galaxie, vorbei am Mond in Richtung Erde Reißt so oft, verfehlt sein Ziel und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht, spür in deinem Kopf ein Kribbeln Ohne es loszuschicken Reißt ein Inspirationspartikel durch die Galaxie, vorbei am Mond in Richtung Erde Reißt so oft, verfehlt sein Ziel und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht, spür in deinem Kopf ein Kribbeln Hey Partikel, schon gemerkt, du strahlst aus Mit dem ersten Tag in deinem Leben nimmst du Fahrt auf Mit etwas Glück kannst du in nem Warnes groß werden Hast du weniger Glück, musst du ballastlos werden Wenn du losmarschierst, musst du schauen, was in dein Rucksack ist Bist du Rudi 2.0 oder mein Ufra-Kipp Was im Sinne des Lebens inspiriert, lebt gefährlich Nicht nur 68 zeigt, dass es dir das wert ist Heute ist es schlau, es sich dringend dein Leben wie nie zuvor Was brauchen wir und wovon reden sie? Ist ihre Strategie, weiter uns klein zu halten Hilft's hoffentlich Instinkte des Angriffs einzuschalten Ja, du kannst Potenzial explodieren lassen Die Werte, die Respekt, Dachtsamkeit und Frieden machen Diese Teilchen beschleunigen radikal Welche Wellen willst du schlagen? In Partikel, du hast die Wahl Ohne es loszuschicken Reißt ein Inspirationspartikel durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Reißt so oft, verfehlt sein Ziel und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht, spür in deinem Kopf ein Kribbeln Ohne es loszuschicken Reißt ein Inspirationspartikel durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Reißt so oft, verfehlt sein Ziel und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht, spür in deinem Kopf ein Kribbeln Der Roboter-König fordert Königsbund per Wisskabel Was ein schöner Tag, ich muss los und will dir Tschüss sagen Ich komm mit Sag, wohin willst du? Wohin willst du? Oh, wie schön die ganze Nacht nur fühlen wie beim Fußballspielen Licht zähl Als ich denk, wenn du über den Zaun schwebst, ist es wieder 6 Uhr morgens Dabei wollt ich heut nicht ausgehen, Mars, der ist dicker an's Top Inspirieren uns wie Orts-Hex, wir rennen erfolgreich vor den Cops weg Ninja Turtles, kleine Hexe ohne Rekorder Damals filmten wir im Cam auf das TV, denn da lief Michael Jaxx Angepasste Dudes, denn uns Versager und Verbrecher Unerwartbar, ich bin Rapper so wie Jana und Dalet Weyra Dalle und ein Bella Bella Ciao Und einer Zeit Passage Schweißgebadet halten wir den ganzen Tag die Scheißblock Es lässt sich echt alles ändern und man muss nur wissen wie You and me, we will all go down in history Ohne es loszuschicken Reiß dein Inspirationspartikel durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Also auch verfehlt sein Ziel und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht spüren, dein Kopf ein Kribbeln Ohne es loszuschicken Reiß dein Inspirationspartikel durch die Galaxie Vorbei am Mond in Richtung Erde Also auch verfehlt sein Ziel und es trifft oftmals Tisch Aber heute nicht spüren, dein Kopf ein Kribbeln One es loszuschicken One es loszuschicken Vielen Dank.